Peter Fürke 1 Kilo drinnen die Ballkommission und Stefan Visser gegen Matthias Tessner Kleiner Verstand in der Ewigsklasse 96 mit 94,9 Kilo Alkos Schreiber vom RSV Schoner und Peter Fürke mit 93,0 im Freistag ... .... ... ... Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 2x3 2x3 3x3 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 4x3 4x4 4x4 1x4 4x4 5x4 4x4 5x4 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 6x4 5x4 5x4 6x4 4x5 5x4 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 6x3 9x4 5x4 Das war's für jeden Tag! Das war's für mich! Voll da, ich hätte es nicht richtig! Walter, du willig! Wer ist denn? Wut? Wut? Wut ist das? Wut! 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 Das war's für mich! Danke. 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 Und dann ist er, Peter Wilken. Heils, Halt! 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 Halt, Halt! Halt, Halt! Töber! Halt, Halt! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.